16. Juni 2018, Ronaldo gegen Spanien, das 3 zu 3 wird eines der besten Spiele der WM sein, so viel steht jetzt schon fest. Die Fans in Lissabon und Madrid erlebten eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Mehr zu, Empfehlungen zum Video Video 2.46 Portugal gegen Spanien, der CR3er Park im Video Video 7.55 25 Jahre Brandanschlag in Solingen, ich sah, wie die Flammen loderten Video 3.53 ehemalige Ischurchburg, die Leichenräumer von Mossul Video 6.37 schwanger auf Sylt. Zur Geburt musst du aufs Festland Video 7.42 Militärschläge in Syrien, Trumps Ansprache im Wort laut Video 6.11 Prozess. Gegen Textildiscounter, trägt Kick die Verantwortung für 260 Tote? Video 4.29 Pendeln in München, es platzt aus allen Nähten Video 2.02 Aufarbeitung eines Sportskandals. Aitonia Video 4.27 Russland nach der Wahl, der verstummte Oligarch Video 4.58 Kita Chaos in Berlin, und was mach ich jetzt? Video 1.25 Marco schenkt ihnen 180 Minuten, Marokko gegen Iran klingt schlimm. Ist aber noch schlimmer Video 4.24 Spaniens Nationalmannschaft, Chronologie des Chaos.